hallo willkommen zu einem neuen video in eigener sache und zwar erlebe ich auf den social media immer wieder dass da menschen kommentieren und im grunde genauso ticken wie es die familienrichter machen und da möchte ich euch mal ein beispiel geben von jemand der tatsächlich jura studiert hat beide staatsexamen gemacht hat auch mal als rechtsanwalt gearbeitet hat und diese person die habe ich mal da habe ich mal gewagt die zu kritisieren auf facebook und seitdem wünscht dieser mensch mir nichts gutes und man kann sehr schön sehen wie er die argumentationslinien die vorgänge am familiengericht wie ein schwamm aufgesogen hat und im grunde genauso menschenverachtend argumentiert wie es familienrichter tun das umso verwunderlicher weil dieser diese person dieser vater auch eigentlich behauptet er steht für die gleichberechtigung der eltern ein was ich ja auch tue aber wenn man ihn kritisiert wird man offenbar zu seinem feind dann fühlt er sich so wie es aussieht so sehr narzisstisch gekränkt dass er einem am liebsten die kinder wegnehmen würde und einen in die psychiatrie stecken lässt na worum geht es denn schauen wir uns mal hier einen kommentar auf facebook an den er vor 57 minuten geschrieben hat also ganz aktuell hier und zwar schreibt dieser vater wäre ich ein zuständiger richter am olg stuttgart würde ich nun durch ein psychiatrisches sachverständigen gutachten prüfen lassen ob bei sandro groganz das bin ich eine eventuelle psychische erkrankung gegen den umgang spricht seine bisherigen verunglimpfungen gegenüber dem olg senat und seine selbst beweihräucherungen die jede aber auch jede selbstreflexion vermissen lassen kombiniert mit seiner unüberwindbaren beratungsresistenz lassen mich wirklich zweifeln ob hier der umgang wirklich noch dem kindes wohl entspricht und hier seht ihr auf etwas entlarvendere art und weise die argumentation die ein durchschnittlicher familienrichter auf eine weniger offensichtliche art und weise und juristisch etwas mehr verbrämt genauso formulieren würde nämlich du sandro du sagst hier dinge die passen mir nicht du wagst es mein weltbild in frage zu stellen sei es nun wie bei den familienrichtern dich erlebt habe deren weltbild ist dass die kinder zur mutter gehören da hängen die wohl noch einer nazi ideologie an und bei diesem vater hier nachdem bin ich eben auf den fuß getreten weil ich ihn auf facebook kritisiert habe jetzt bin ich sein fein und was macht er er benutzt das kindeswohl das frei definierbar ist frei interpretierbar völlig willkürlich ausgelegt werden kann und dann wird dieser vater mich auch noch hier in mollat manier als psychisch erkannt darstellen einfach weil ich eine meinung habe und es mir erlaube ihn zu kritisieren nichts anderes habe ich am familiengericht erlebt vernunft bringt dort nichts man kann dort argumentieren so viel man will die familienrichter stecken in ihrer eigenen prägung fest die noch bis in die nazizeit zurück reicht dass die mutter die allerbeste ist verherrlicht wird dass die mutter keine fehler macht und die mutter natürlich total glaubwürdig ist und die mutter die beste ist für die kinder und wenn man daran kratzt oder es überhaupt wagt einen richter zu kritisieren wie ich zum beispiel beim vorsitzenden richter des elfen zivil senats am olge stuttgart sehr klar gemacht habe dann leidet man eben unter dem kindeswohl und es werden einem die kinder genommen weil man da etwas macht was einem nicht passt also ihr könnt das was hier dieser vater auf facebook geschrieben habt könnt ihr im familiengericht ganz genauso sehen nicht ganz so offensichtlich aber nicht weniger brutal nicht weniger menschenverachtend und nicht weniger narzisstisch gekränkt danke fürs zuschauen und wenn ihr über neue videos benachrichtigt werden wollt bitte abonniert unseren kanal klickt auf das glockensystem damit ihr auch auf die glocke damit ihr wirklich über alle videos benachrichtigt werdet ciao und 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 Untertitelung des ZDF, 2020